Willkommen liebe Fotofreunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und ich nehme euch in diesem Video mit auf einen Fotowalk entlang am Starnberger See. Ich starte hier gleich neben der Baustelle, ihr hört den Lärm bestimmt, am Tutzinger Nordbad und laufe von hier aus jetzt in der Mittagshitze bis runter nach Seeshaupt. Das wird ein paar Stunden in Anspruch nehmen, aber keine Angst, das Video wird nicht ganz so lang werden. Warum mache ich die Tour? Es ist ganz einfach, ich bin immer auf der Suche nach neuen Fotomotiven. Und versuche mich natürlich auch nicht vorher durch das Internet irgendwie beeinflussen zu lassen. Genauso habe ich es heute gemacht. Ich habe mir diesen Biergarten jetzt hier ausgesucht, starte hier und laufe straight südlich. Das Ganze hat hoffentlich auch noch einen positiven Nebeneffekt, denn ich habe jetzt hier über die letzten sechs Monate ganz schön an Gewicht zugelegt, bedingt durch viel Videoschnitt am Rechner, eine sehr ungesunde Ernährung und auf Joggen hatte ich heute keine Lust. Deswegen lasse ich es langsam angehen, mache lieber ein paar Meter mit der Kamera. Und ja, zur Kamera möchte ich noch sagen, ich fotografiere heute nur mit dem 16-35 G-Master Objektiv an der A7 III Kamera. Ich werde auch mein Nisi-Filter-Set, also den Filteradapter, drauflassen. Der Polfilter eignet sich eh ganz gut, wenn man am Wasser fotografiert. Das ist so mein Setup. Also Polfilter ist ständig drauf und ab und an werde ich mal einen ND-Filter reinspannen, wo es Sinn macht. Wahrscheinlich bei jedem Foto. Gut, also starten wir die Tour. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt. Und das erste Fotomotiv, was mir hier gleich in Tutzingen am Nordbad oder am Milgrathaus in die Augen sticht, sind diese zwei prägnanten Löwen an der Uferpromenade. Das ist das erste Foto. Das muss ich einfach mitnehmen. Da habe ich auch schon mal ein Nachtvideo dazu gemacht. In der Nacht kam die auch richtig cool bei Mondschein. Das Foto nehme ich jetzt mit einem ND-Filter auf und mit dem Polfilter. Am Polfilter drehe ich jetzt erstmal, dass ich die weiße Reflexion von der Sonne aus dem Wasser rausbekomme. Dann fokussiere ich manuell auf den Horizont oder auf das andere Ufer. Was für eine Blende nimmt man da. Schau mal, Blende 10. Jetzt drehe ich hier mal an meinem Polfilter noch, um die Reflexion rauszunehmen. So in etwa. Und setze jetzt vorne noch den ND-Filter drauf. Jetzt schaut es schon besser aus. Jetzt kann ich hier auf einer 10er-Blende ca. 10 Sekunden lang belichten. Die Wolken, die schauen total überstrahlt aus, obwohl die Sonne gerade hinter den Wolken sich versteckt. Ich baue jetzt noch einen Verlaufsfilter drauf. Hier habe ich auch einen von Haida, einen ganz, ganz einfachen 0,9er-Filter. Hier könnt ihr sehen, wie der die Wolken schön abdumpelt. Und das kann man auch genauso gut in Lightroom im Nachhinein machen. Aber in der Nachbearbeitung bin ich jetzt nicht der fleißigste und beste. Deswegen versuche ich es so gut wie möglich, das Foto schon hier vor Ort aufzunehmen. Aber das Bild mache ich hier in RAW. Bearbeiten muss ich es trotzdem ein klein bisschen. Muss ich das Bild noch beurteilen, wie weit ich den reinstecke. Umso weiter ich den reinstecke, umso stärkere Vignette habe ich dann eben. Aber so sieht es für mich ganz gut aus. Nächsten Schritt wähle ich jetzt noch die Auslöseverzögerung. Die ist schon drin, zwei Sekunden. Und nehme meine Stabilisierung vom Sensor heraus. Steady Shot Off. Genau. Jetzt mache ich so das erste Bild. Dann kann es gleich weitergehen. Jetzt achte ich auch hier darauf, dass ich keine Boote oder irgendwas auf dem Wasser sehe, was wackelt. Weil, bam. Sonst hat es hier keinen Sinn, eine Langzeitbelichtung zu machen. Sonst würde das verschwimmen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bevor ich jetzt weiterlaufe, eine Perspektive will ich noch ausprobieren, weil die Wolken mir hier gerade in dem Spot so schön gefallen. Auch hier bei dem Foto von der Seite mache ich so, dass ich auf Augenhöhe mit dem Löwen bin. Also Kamera ist auf Eye-Level. Gefällt mir einfach besser so. Von hinten mag ich es jetzt nicht fotografieren. Da sehe ich nur den Arsch vom Löwen. Deswegen beschränke ich mich jetzt nur auf den Kopf. Und auch aus der Perspektive ist es ganz interessant. Ich setze hier den Löwen absichtlich rechts ins Bild, damit er noch Raum hat. Also Raum und Blickrichtung hat in dem Foto. Jetzt muss ich hier noch ganz kurz manuell nochmal checken und nachfokussieren aufs Auge. Aber es ist scharf. Im Hintergrund sieht man Segelboote. Vielleicht sieht man die leicht verschwommen. Aber die sind so weit weg. Die jucken mich jetzt nicht. Mein Hauptmotiv ist hier der Löwenkopf. Jetzt geht es mal weiter. Weit gekommen bin ich jetzt nicht, denn 50 Meter rechts neben dem Löwenpaar ist ja nochmal so ein schöner geteilter Baum, der super schön in Richtung Wasseroberfläche wächst. Und hier mache ich mir jetzt die Sonne zunutze, indem ich jetzt die Sonnensterne einfange. Und das mache ich jetzt hier aus der Hand mit einer 22er Blende oder 20er Blende sowas. Die Sonne steht fast senkrecht über dem Baum und spitzelt durch die Blätter durch. Und das Ganze mache ich jetzt im Hochkantformat. Nehmen hier jetzt die Sensorstabilisierung wieder rein. Steady Shot ist drin. So, und wenn ich jetzt auf einer 22er Blende hier im M-Modus fotografiere, zeigt mir an, ich müsste ein Zwanzigstel belichten. Das halte ich leider nicht ruhig in der Hand. Deswegen schraube ich halt die ISO-Stücke hoch, dass ich meine Verschlusszeit mindestens auf ein Sechzigstel oder sowas hochfahren kann. Ja, jetzt muss ich halt einfach durch den Sucher gucken, um zu sehen, wann ich diese Blendsterne sehe. Okay, und hier sehe ich sie schon wunderschön. Das Objektiv macht auch tatsächlich einen sehr, sehr schönen Blendstern. Superschön. Fokussiert habe ich auf den vorderen Bereich dieser Bäume. Vorhin auf die Baumspitze. Drei, zwei, eins. Bam! Cooles Bild. Also, ich habe ja auch ein Video mit Nachtfotos hier gemacht. Es sah ganz anders aus, aber auch gut. Aber da hatte ich mit einem, ich glaube, 14 Millimeter mit dem Samyang das Foto gemacht. Und da konnte ich die Kamera auch direkt an den Baumstamm anlegen und habe alles draufbekommen. Also, ich glaube nicht, dass ich es bis Seehaupt runter schaffe. Ich habe jetzt schon eine Stunde verdrödelt an zwei kleinen Fotomotiven. So seht ihr, wie viel Zeit ich mir eigentlich nehme, um so ein Foto zu machen. Gut, mit der Kamera und so weiter dauert es auch noch ein bisschen länger. Aber ich bin ganz zufrieden mit den zwei Spots. Jetzt schon mal. Also, Tutzing am Nordbad loslaufen. Dann kommt ihr hier an dem Biergarten, Milchgathaus vorbei. Da stehen die Löwen und dieser Baum. Diesen Zufall nutze ich jetzt, dass die Starnberg, also das Boot dahinter, mir angelegt hat. Das baue ich jetzt hier mit ein in mein Stegfoto. Ich verwende hierbei wieder den ND-Filter, den Verlaufsfilter und werde acht Sekunden lang belichten, so circa. Das ist mal ein besonderes Foto. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Steg und Boot, dass das von der Komposition einfach alles gut zusammenpasst. Steg und Boot so leute wir haben 13 uhr schlechter könnte das licht nicht sein aber ich bin jetzt hier in dieser schönen allee angekommen durchgelaufen und dachte mir ist vielleicht auch ein foto wert man hier auf dem spazierweg auch ganz genau mal auf die wiese schaut entdeckt man diese schöne knabenkraut und ich glaube ich habe auch ein paar dorter blumen gesehen für diese wanderung tutzing sees haupt wäre ein fahrrad nicht schlecht gewesen finde ich weil es hat hier wunderschöne radwege schauen wir ja also die natur ist echt super schön die wege ziehen sich aber von tutzing nach berndried rüber sind jetzt noch vier kilometer zu gehen macht es mit dem fahrrad und da seid ihr besser bedient waren bei der mittagssitze das wahnsinn von tutzing aus richtung berndried bin hier in einem sehr sehr schönen park gerade angekommen und hier gibt es ein tolles ufergrundstück es ist nicht groß aber im hintergrund seht ihr schon diese steine das muss jetzt echt einfangen da werde ich auf jeden fall einen d filter verwenden und die schwierigkeit hier bei dem spot ist jetzt folgender durch die bäume habe ich sehr viel schatten hier über den steinen und fünf meter weiter knallt die sonne voll auf dem see drauf da muss ich jetzt tatsächlich auch mit einem verlaufsfilter wieder arbeiten dass einfach der see auch ein bisschen abgedunkelt wird dass das einigermaßen stimmig ist das mache ich jetzt bei solchen aktion braucht man echt ein stabiles stativ sonst hat man verloren im wasser zwei sekunden auslöseverzögerung habe ich schon eingestellt schauen wir uns das mal an hier könnte ich jetzt eigentlich auch nur den stein aufnehmen die filmkamera nehme ich jetzt nicht mehr ins wasser ich gehe jetzt mal dahinten zu dem steinhaufen fotografiere den maler 15 20 sekunden auf einer 7er oder 8er blende und ja was habe ich eingestellt zwei sekunden auslöseverzögerung iso 100 und wie gesagt 7 8er blende werde ich wählen und die steine liegen in der sonne muss man gucken wie es läuft es sieht echt aus wie was weiß ich irgendwo in der karibik super nice das fokussiere ich jetzt wieder mit der display lupe die steine an und schau dass die knapp scharf sind so jetzt will ich dich mal 15 sekunden lang auf einer 9er blende das müsste jetzt gleich so ein karibik foto werden war zwar noch nie in der karibik aber das ist doch ein wunderschönes foto steinhaufen im wasser das ist genau mein element wunderbar 15 sekunden belichte ich auf einer 9er blende warm geil wow leute man könnte echt denken man ist hier sonst irgendwo jetzt kümmere ich mich noch um den anderen steinhaufen da gehe genauso vor stelle die kamera hin fokussiere noch mal manuell nach warte bis dieses wellenset hier durch ist aber jetzt kommen aber richtige wellen jahren aber es hat gereicht bei der langzeitbelichtung ist immer wichtig dass sich nichts im hintergrund bewegt also keine boote sind oder menschen die würden mein bild sonst kaputt machen cool noch ein schönes bild alter traumhaft traumhaft ich fokussiere diesen hellen fleck scharf an auf den baumstamm direkt genial geniales bild das soll es jetzt von diesem strott hier gewesen sein ja dieser monopterus bildet jetzt für mich wieder eine ganz neue spielwiese ne also ich schätze mal der standard foto interessierte ja kommt vorbei ballert hier so drauf los bestenfalls geht man noch um den herum und fotografiert diese jungfrau oder was ist das auf dem sockel damit sie in die kamera reinguckt das wäre auch noch eine möglichkeit von weitem weg könnte man machen damit ihren blick hier einfangen würde ich aber diese zwei säulen hier mit einbeziehen das ganze so mal auf einer 2 8 der blende mitnehmen würde den halbkreis oben in meine ecken zu laufen lassen und dann hätte ich schon ganz schönes bild so 8 der blende aber es ist es taugt mir noch nicht 100 prozent weiß nicht ob ihr sehen könnt aber es ist ja auch hier oben ein rundell das wäre halt schon ziemlich geil wenn man das komplett auch irgendwie mit fotografieren könnte ich hole mir die kamera näher jetzt gilt es wieder kreativ zu werden das mag ich das hier sieht mir aus wie jetzt hätte ich hier freie bahn versuche ich mal ein foto zu machen was vielleicht noch keiner gemacht hat vielleicht mal von hier unten ja auf 16 mm könnte ich diesen kreisel echt drauf kriegen da arbeite ich jetzt mit einem klappdisplay wäre natürlich schon geil wenn ich auch die die figur da irgendwie auch mit drauf bekäme jetzt muss ich mich schon wieder hinlegen jetzt bräuchte ich meinen 14 mm echt jetzt bräuchte ich es im hochkantformat ist es vielleicht noch einfacher ja im hochkantformat kriege ich es viel besser hin ich glaube das ist was ganz cool ist gerade aber hallo auf einer 2 8 der blende ich meine so kann man das bild auch machen aber ich mache es halt nicht das gefällt mir nicht einfach nur drauf zu ballern cool neues motiv mal was ganz anderes und keine ahnung erweitert den horizont wenn man sowas noch mal irgendwo anders sieht so was machen wir jetzt ich bin hier übrigens im höhenrieder park und die steine hier haben sich auch im höhenrieder park befunden die sind auch 50 meter weg von diesem monopteros sehr sehr schöne location gefällt mir gut ja es muss ja nicht alles richtig sein was ich hier mache aber es macht bock macht spaß sich da irgendwie weiterzuentwickeln an solchen motiven jetzt geht es weiter ok liebe freunde jetzt führt mich mein weg weiter zum buchheim museum und das buchheim museum nennt sich auch museum der fantasie und ich weiß dass vor dem museum ein ausrangierter uralter militärhelikopter steht den habe ich bis jetzt immer nur aus dem auto ausgesehen wenn ich da in der nähe war heute fotografiere ich den und ich glaube ich lasse es dann auch weil mein apple watch ist jetzt nach sechs stunden ausgegangen das alte ding taugt aber so nix für so photo walks und jetzt weiß ich gar nicht wie viele kalorien ich tatsächlich verbrannt habe aber waren bestimmt einige wenn man jetzt die leberkasse abzieht die ich mir auf dem weg gegönnt habe aber jetzt mache ich mir einen helikopter ran die sonne knallt immer noch runter also wird es wenn möglich helikopter mit blendsternen geben ja da steht schon das gute stück ist das nicht cool wow das ding ist tatsächlich echt ganz schön groß so ein teil sieht aus wie so eine libelle ich glaube auch die helikopter haben sie auch den libellen nachempfunden war so die idee dahinter so wenn ich den helikopter jetzt in szene setzen möchte würde ich es genauso tun wie beim auto ich würde von schräg vorne drauf schießen also von der seite aus macht es ja keinen sinn weil ich die blendsterne haben will also muss ich von schräg unten hier hoch ballern und dann versuche ich halt irgendwie dass die sonne an den rotorblättern oder oben am dach sich da irgendwie zeigt das wäre jetzt der plan also komme ich von unten um sonnensterne aufzunehmen brauche ich eine hohe blendenzahl meinetwegen f20 f18 irgend sowas und genau um lang zu belichten stelle ich die kamera auf stativ aus der hand halte ich die jetzt nicht ein zwei sekunden ruhig so gehe ich es jetzt an dann nehme ich jetzt auch mein mini stativ her das reicht mir genau da habe ich jetzt auch richtig bock ganz nah heranzugehen auf 16 mm das bild zu machen und ich teste das jetzt tatsächlich auch mal auf einer 22er blende weil ich mir einfach ein bilde da die schönsten sonnensterne zu kriegen oder blendsterne zu bekommen so von den einstellungen her gucke ich jetzt nochmal drauf 22 ISO 100 fokussiert tue ich hier vorne auf die schnauze auf die motorhaube oder was für sich was das ist und dieses roterblatt hier lasse ich in die linke obere ecke zulaufen das schaut für mich von der linienführung auch sehr sehr stimmig aus schönes bild und ich finde es auch etwas besonderes weil ich so nah an dem helikopter dran bin aus der ferne fotografiert finde ich jetzt nicht so toll ein nicht so ganz gewöhnliches bild habe ich jetzt hier auch noch gemacht aber wenn ich auf die uhr schaue haben wir jetzt gleich 17 uhr ich muss den weg noch zurück laufen sind jetzt noch ein paar stunden fußmarsch ich breche jetzt hier ab leider komme ich nicht mehr bis ganz runter nach seeshaupt das war ein frommer wunsch bis da runter zu laufen mit der kamera aber mir hat es gut getaugt ich habe verschiedene motive eingefangen das video war auch für mich oder der film jetzt abwechslungsreich weil nicht nur stege einfach zu sehen waren sondern auch andere dinge wie diesen helikopter hier also coole coole sache ich freue mich wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid gebt mir gerne ein like für dieses video abonniert meinen kanal da freue ich mich riesig darüber mein großes ziel sind die 20k am ende des jahres jetzt sage ich noch ciao euer Sigi vom ammersee aber heute vom starnberger see bin schon wieder fremd gegangen ha 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 peace out leute bam mmm ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.